Mein Name ist Dr. Victor de Artunian. Ich bin Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie, spezialisiert in der operativen Sehfehlerkorrektur. Ich habe an der Universität Wien studiert, gefolgt von der Facharztausbildung an der Universität Erlangen und Universität Frankfurt. Die Universität Frankfurt ist das deutsche Referenzzentrum im Bereich der Sehfehlerkorrektur, das heißt sowohl der Korrektur mit dem Augenlaser wie auch der Korrektur mit Implantaten. Anschließend habe ich noch vier Jahre in der Schweiz beim Prof. Seiler an IROC Privatklinik verbracht. Prof. Seiler ist der Erstentwickler der Augenlaserchirurgie weltweit. Auf diesem Kanal finden Sie alle Details betreffend der operativen Sehfehlerkorrektur, sowohl aus dem Bereich der Augenlaserchirurgie wie auch der Linsechirurgie. Es sind auch sehr viele Fragen zu finden, die bei uns in der Praxis, bei den Untersuchungen durch unsere Patienten gestellt werden. Auf demайтki desvreigtssiehig. Auf dem Atletki des знатьen faszin. Auf dembaldczę, das heißt davon 70 Prozent der Jan %4m 마reserung. Onoth话 zurian, die bei uns in der Spitze des internesieur celebrated. Auf demyersen faszin. Vielen Dank.